Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW. Ich bin endlich mal wieder draußen unterwegs. Und zwar suche ich heute die sogenannten Heidenhüllen. Und wenn du mich begleiten willst, bleib dran. Ich bin leid. Ich bin leid. Das war's für heute. Perfekt, die Quelle habe ich schon mal gefunden, jetzt muss ich nur noch Wasser abfüllen. Ich werde mir das Wasser zur Sicherheit noch abfiltern, ich weiß zwar, dass obendran nur Wald ist, aber sicher ist sicher. Also so ein Schluck Quellwasser, der ist richtig erfrischend, klasse. Gut, Wasser habe ich jetzt, dann kann ich wieder weiter marschieren. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs, so langsam kommt auch die Sonne raus und ich glaube ich werde mir mal die Jacke ausziehen, denn es wird richtig warm. Ich bin jetzt schon. Ich habe den Wanderweg gerade verlassen, denn ich habe hier einen Blick in den Wald geworfen und das sieht so schön aus mit der Sonne. Da kann ich ja nicht auf dem dunklen Schattenweg laufen, da gehe ich einfach mitten in den Wald. Ich weiß ja, wo die Hüllen liegen, so kann ich mich nachher mit dem Kompass orientieren, ich kenne die Himmelsrichtung. Und ja, weiter geht's. Aber ich glaube zuerst ziehe ich mal die Jacke aus, denn ich schwitze schon wieder tierisch. So, also weiter geht's, einmal quer durch den Wald. Ach, die Sonne, die tut richtig gut im Moment, denn der Wanderweg da unten, der Wanderweg war ja doch relativ dunkel und im Schatten und ja, das sieht hier einfach viel schöner aus. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Macht auch viel mehr Spaß jetzt mitten durch den Wald zu laufen, wie auf dem relativ langweiligen Wanderweg. Zu den Heidenhüllen wollte ich eigentlich schon letztes Jahr, allerdings die sind wohl wegen der Fledermaus-Schutzzeit zu, sodass man jetzt erst im Mai wieder rein kann. So, jetzt ist da gut. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Die Bundesstraße, die ich überqueren muss, die liegt im Norden und wenn ich auf den Kompass schaue, dann sieht das perfekt aus. Also der Kompass sagt, ich bin auf dem richtigen Weg, ich höre auch schon wieder eine Bundesstraße und über die muss ich einmal drüber, um auf der anderen Seite wieder in den Wald zu kommen. Perfekt. So, davon kann ich schon den normalen Weg wieder erkennen, die Straße ist auch ziemlich laut, dann bin ich genau richtig, so muss es sein. Ah, ist das schön, kleines Päuschen, schön die Sonne genießen und dann die letzte Hälfte noch bis zu den Höhlen. Dann heißt es jetzt wieder weiter gehen. Ich muss auch noch mal ein paar Quellen suchen, denn meine Flasche ist fast leer, ich werde dann auch die zweite Flasche, die ich noch habe, auffüllen und dann bin ich denke ich auch relativ bald schon an den Heidenhöhlen. Was für ein dicker Oschi, oder? Was für ein dicker Oschi, oder? Richtig schön jetzt auch hier gerade in diesem Waldstück. Schön ruhig, man hört nur die Tiere, ein bisschen plätschern von einem Bach. Eine richtig angenehme Luft hier drin. Ah, perfekt. Man hört jetzt schon deutlich das Wasser. Ach man, hier ist auch der kleine Bach. Der Bach ist schon mal gut. Ich werde jetzt einfach gegen die Flussrichtung entlanglaufen und hoffen, dass ich da irgendwo die Quelle finde, denn ich habe es immer ganz gern von der Quelle. Man weiß ja nie, was zwischen der Quelle und dem Bach noch so rumliegt. Die Flussrichtung ich folge diesem bach jetzt schon eine ganze weile und der hat mich jetzt hier wieder auf so einen weg geführt und das sieht richtig cool aus weil neben dem weg dieser bach wie so treppen runter läuft und ich glaube die quelle wird jetzt auch nicht mehr als so weit weg sein so Hier ist die Quelle, perfekt. Hier aus diesem Loch, da kommt das Wasser raus. Hier ist das Wasser raus, da kommt das Wasser raus. Jetzt kann es wirklich nicht mehr weit weg sein, denn hier sind sie schon angeschrieben. Hier ist das Wasser raus. Hier ist das Wasser raus. Hier ist das Wasser raus. Hier ist das Wasser raus.